Seid gegrüßt. Ich bin die Kürbishexe. Die Kürbisse sind wie meine Kinder. Ich hege und pflege sie ihr ganzes Leben lang, vom Keim über die Reifezeit bis hin zu ihrer Ernte. Und hier seht ihr den Dank. Sie rollen in der Gegend rum und stiften Unruhe. Dieser dumme alte Kürbis hat schlechten Einfluss auf die Kleinen. Wenn ihr ihm eine Lektion in gutem Benehmen erteilt, werde ich euch mit einem schönen Geschenk belohnen. Der dicke alte Kürbis hat schlechten Einfluss auf das junge Gemüse. Die Belgier brauchen Benimmunterricht. Ein höchst erbauliches Spektakel, Sir. Mann und Gemüse im Duell bis zum Tod. Ach, da wird einem ganz anders. Hier, nehmt zur Belohnung den schönen Drachen-Edelstein. Ach, Drachen sind so herrliche Kreaturen.